So mein Lieben Leute, willkommen wieder hier zurück zu Portal 2. Dafür werden Blue 50 Kollaborationspunkte abgezogen. Alter, 50. Gut, okay. Wir sind hier wieder bei Portal und wir müssen mal gucken, wie wir hier bei Edda kommen. Ist das ein Portal von dir schon? Ja. Also wir haben hier kein Ziel, wir kommen irgendwie, hat sie gesagt. Hä? Da hinten ist noch eine weiße Fläche. Bündig, genau. So. Können wir jetzt hier durchgehen. Insert Disc. Muss man ein bisschen auf die Uhr nebenbei gucken, weil eigentlich haben wir jetzt einen Aufnahmetermin gleich, aber das ist mir relativ egal, weil Portal macht mir extrem gerade Spaß, muss ich echt sagen. Da muss irgendwie so eine Disc sein. Aber was müssen wir denn machen? Hier ist nichts. Da ist das Ding. Ne, hier ist keine Disc. Und hier ist irgendwie... Ja. Für Counter und F drücken, also hier muss irgendwas gleichzeitig machen. Soll ich dann mit rein, weil... Ich weiß nicht. Da kommen wir halt nicht mehr zurück. Du hast... Du hast den Hebel, den soll man betätigen. Aber da kommt man da durch dieses Tor. Ja, aber hier musst du gleichzeitig drücken. Hier steht da, äh, F will Counter und drücken. Ja, aber sobald ich hier durch dieses blaue Ding gehe, ist mein Portal weg und wir kommen nicht mehr zurück. Ja, auf der anderen Seite gab es eigentlich auch eine Schnur, oder? Ja, warte mal. Also du hast... Hier hast du einen Hebel. Aber du hast aber auch hier nichts anderes irgendwie. Okay, lass mal machen. Ach, da auf der anderen Seite noch. Okay, ja. Ja, Countdown. Bitte? Ah, okay. Beide? Was? Alles in Ordnung? Ähm. Ich muss da bloß... Ich muss da bloß das eigene Ding setzen. So. Nur mal. Kannst du da drüben vielleicht jetzt auch was machen? Bin... Äh. Äh. Ah, hier ist ein... aber das auch Nebel dauernd noch mal kommt und noch mal gucken ob hier was er hatte mit er auch gedrückt gehabt 2 Ah ne, wir müssen sogar gleichzeitig drücken Ja, ich hab gerade Nee Warte, war das doch offen Ich kann es mir auch nicht durchgeben Alter, Spiele Das war ja gerade offen Ja, stimmt Mach nur mal Mach mal nochmal Irgendwie muss es doch gehen Mach du diesmal Countdown Hast du schon bei 1 oder bei Go? Bei Go Nee, ich höre, dass wir unterschiedlich sind Ja, wir Nee, richtig Nee, jetzt war man gleichzeitig, jetzt kannst du nie sagen, dass man nicht gleichzeitig war Das ist ein Schrott Ah, ah, schau! Die Discus ist drüben, die Discus ist drüben, warum ist die Discus drüben? Ich hab die durchgepackt Äh, bin ich halt eingespürt Glückwunsch zu Bewältigung dieses absoluten und herrnlosen Test Was? Nein, 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 ja schön so war wir ab Euro und die nun mit den Schmerz nicht wahr wo wir haben das erste Bild und sie sind die Lüste für uns ich bin nicht sicherlich ich dachte nur auch so um ihr absolviert Guck mal er hat ja keinen Knopf einfach hingelegt ja so aber du musst dieses aber wenn ich hier drücke geht das bestimmt runter Guck mal Ah ja ok da müssen wir hier Speed aufbauen oh ne warte du musst dann hier und hier platzieren das kann ich das so ein Speed aufbauen Ah hier und hier ja und dann musst du es wenn ich genug Speed aufgebaut habe also ich sag es dir dann musst du es hier wechseln ah okay warte mal ich hab rotz also muss ich dann rot ändern und du musst du den Knopf halt nur davor drücken ja ach so er hat einen Timer halt probieren ja 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 also was best du hast bestimmt in dem Zeitpunkt unten gewesen oder irgendwie komisch gewesen so wollen wir nochmal ja mach mal äh gelb nächstes mal ja mach mal äh gelb nächstes mal jetzt jetzt muss ich mir jetzt muss es du musst gleich machen ja geil welches hast du weggemacht das Obergefühl oder äh ja Fluggeste wie geil ist das denn ich habe diesen Test übrigens nur geschaffen um Testsubjekte versagen zu sehen ihr habt es geschafft und seid jetzt sicher sehr sehr stolz ich werde euch die kleinste Trophäe der Welt basteln ja uns auseinander zu legen das ist die Trophäe Dankeschön das selbstvertrauen schafft man am besten indem man seine eigenen Unsicherheiten erkennt Orange kannst du aufschreiben wann du dich als unwürdig oder minderwertig empfindest immer 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 denk einfach wie sehr du Blu überlegen bist Blu du gibst ein hervorragendes Beispiel ab so wollen das erste wieder zum Speed aufboden echt ja hier findet ihr so gehen wir dann aber hin dann hast du dort oben ich will schon ich will schon ich will schon ja darum äh du zu ernst ich mach ich mach du hast äh hellblau oben oh wie komisches sieht aussieht aus wirst du prüben ab jetzt er holt wenn du musst holen sind mit dem mit dem ab und jetzt was ist eigentlich das Ziel hier hier musst du mitnehmen wir haben schon geschafft nein hä ich bin runtergefallen ich bin seitlich ich bin seitlich gesprungen und das Ding ist mit mir runter geflogen oh ok dann müssen wir nochmal au ach so war ich mir ja ja ich habe nur was probiert gehabt so runter muss runter machen ach nein der wird ja nie der geht ja nie mit rüber stimmt ja ja dann müssen wir hier und ok 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 was ist wenn ich denn hier hoch springen und den Versuch rüber zu geben können wir mal ausprobieren ja warte lass mich mal kurz rüber ja mach 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 ja ey du darfst da nicht durch ach ja scheiße ich bin du bist da du hast oben rot ja ich weiß wo alter wie das aussieht so ich bin ich bin ich bin jetzt bleibt du mal unten ab schon hoch ah genau so und jetzt müssen wir das dort hoch bringen oder was ja warte warte hier so ha 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 wie gesagt haben die eingesprochen den ganzen Tag lang blablabla ja so wird sein wisst ihr noch als ich sagte ihr werdet die einzige die den Kalibrieren bestanden hätten gelogen es gibt noch 5.000 weitere Testteams mit denen ihr in direkter Konkurrenz steht 5.000 5.000 5.000 jaja vollsatz uns schon angelogen aber jetzt muss ich hoch geschleudert werden ja ach du heilige Makroni wo 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 ah weg pf Iv weisest du nie mal wo du hingehst hier», mach du Ok Ja, das ist es, ja Ok, das ist verwirrend Nein, hä, da kommt man gar nicht hin Doch, muss ja irgendwie Ja, ich weiß gar nicht, wo ich Achso, ich habe total falsch gesetzt Ich sollte einfach nach oben gucken vielleicht Ja Ja, da ist eine Wand oder so Geht irgendwie Wir probieren mal zu Hause das andere jetzt Wohin muss ich? Ah, da Aber mach du nochmal Ich glaube mit VR-Brille würdest du den Hex spucken, Alter Nein, fast Alter, mit VR-Brille Ich weiß nicht mehr, wo du bist Nein, so Nein, alter, ganz knapp Ah, man soll gar nicht landen, man soll einfach E drücken Ja, probier mal mal Aber das hat den Countdown fällt gerade auf Irgendwie dann beide machen Eisel ist dieses Level Ja, und jetzt muss ich Alter, wie schnell geht es vorbei Was ist schon wieder vorbei, oder was? Ja Also kannst du oben landen, das geht Ja, aber wir müssen nur kurz E drücken und dann musst du direkt ein Portal machen und dann muss ich das gleiche machen Nee, nee, nee Äh, pass auf Ah, nein? Du, du, ich fliege hier Du musst einfach das Portal ändern Genau, du musst das Portal rüber Das ist mir nämlich vor uns gerade auch eingefallen Machen wir erst mal das hier So Nee, geht nie Äh, wie ist ja Ich hab's nie geschafft Ich, ich wurde gleich verlangsamt Äh, wie Ja, pass auf So Ja, hier siehst du Mach's noch, Mama, 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 Karoni Hallo Mama Guck nicht nach oben Ich guck nach oben Dann irgendwie voll komisch Du hast irgendwas komisch gemacht Ach so, ja So Alter, siehst du es Hab ich? Ja Soll ich, soll ich, soll ich Ja Da kommt Wow Wo? Irgendwa Hier Ach, ach, ach Nicht Nicht Das wäre es jetzt noch Dschungelierter Ah, da hab ich was gesehen Hallo Hallo Nein die böse Sante Ah Aaaaaaah!